Hallo meine Freunde und ein herzliches Willkommen zurück zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Heute gibt es wieder eine kleine Kirmesaufbau-Folge. Mit dabei sind wieder ein paar geile Feuerwehrfahrzeuge. Ich muss noch kurz vorweg etwas sagen zu dem Feuerwehrvideo von gestern. Einige haben da unter den Kommentaren ein bisschen komische Sachen drunter geschrieben. Ich hatte gesagt, dass die Mods privat sind und das sind mir von jemandem aus der Community zugeschickt worden. Das ist auch richtig so. Ich hatte die Erlaubnis, dass ich darüber Videos machen darf. Und da war für mich das Thema durch gewesen. Und genau, nur noch mal vorweg Leute, auch für diesem Video wieder. Die Feuerwehrmods, die ihr seht, sind alle privat. Die darf ich nicht rausgeben. Ich weiß, ich kenne den Uhrmodder nicht. Ich weiß auch nicht, wer die Mods gebaut hat. Das weiß ich, ja. Deshalb halte ich die Mods auch privat und die werden bei mir nicht rausgegeben. Und ja, mehr kann ich dazu jetzt auch gar nicht so genau sagen. Wie gesagt, sie wurden mir zugeschickt. Ich habe gedacht, komm, mach mal ein Video, teste sie doch einfach mal. Zeig die mal deinen Zuschauern, dass auch mal ein bisschen was anderes kommt außer Kirmes. Ich finde Kirmes, jeden Tag Kirmes ein bisschen langweilig. Damit habe ich jetzt einen Wechsel gemacht auf Feuerwehr. Heute machen wir beides und morgen gibt es dann wieder eine schöne Feuerwehr-Folge. Schönem Zeitraffer wieder. Und dann gucken wir einfach mal, wie das so weitergeht. Und ich muss auch sagen, Leute, vielen, vielen Dank erstmal an 2000 Abonnenten. Wir sind jetzt fast bei 2200. Mir macht das unheimlich viel Spaß. Und ich muss sagen, Leute, ich hätte nicht gedacht, dass dieser Kanal überhaupt so viele Abonnenten bekommt, so viel Aufmerksamkeit bekommt. Und ich hätte auch gar nicht gedacht, dass so viele Leute meine Videos anschauen. Wir haben im letzten Monat über 50.000 Aufrufe gemacht. Das ist wirklich unnormal krass, Leute. Und allein in den letzten vier Tagen sind wir schon wieder bei über 20.000 Aufrufe gemacht. Und das ist wirklich krass. Und das gefällt mir natürlich. Ich freue mich da sehr drüber, wenn meine Videos bei euch so viel Aufmerksamkeit ziehen. Und damit euch das natürlich gefällt, das ist ja ganz klar. Und ja, ich würde sagen, ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß mit dem kleinen, aber feinen Feuerwehrfest in Waldstetten, sage ich mal. Und wenn euch das Video gefällt, lasst gerne ein Abo und ein Like da. Schreibt mir gerne ein bisschen was in die Kommentare, wie ihr das Video findet. Was ihr vielleicht noch sonst so sehen wollt. Und dann schaut auch gerne mal in die Videobeschreibung. Dort findet ihr den Link zu meinem lieben Kollegen Mike. Der macht auch richtig geilen Kirmeszeug im Landwirtschaftssimulator. Und dort findet ihr auch noch ein paar meine anderen Kanäle, falls ihr mich da auch supporten wollt. Da seid ich natürlich sehr dankbar. Und jetzt, Leute, wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Und jetzt, Leute, wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Und jetzt, Leute, wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Und jetzt, Leute, wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Und jetzt, Leute, wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Bis gut, Leute. イ prep 있나? Bis mal, Leute. Bis mal. Wow. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020